Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Wochendeko, diesmal zur Kalenderwoche 25. Es ist schon Freitag, also Michelle und Mie, dass ich es noch nicht geschafft habe, die Woche überhaupt zu dekorieren. Sie ist noch komplett leer. Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen, außer dass das letzte Wochenende, wo ich auf der Deutschen Meisterschaft getanzt habe, was ich im letzten Video auch schon erzählt hatte, weil ich ziemlich busy war und ich schwebe seit dem Wochenende in einer riesengroßen Traumbubble. Und ja, auch wenn mich der Alltag schon wieder ziemlich schnell eingeholt hat, es war sehr ereignisreich und deswegen hatte ich keinen Kopf dafür, mir irgendwie Gedanken zu machen, wie ich diese Woche dekoriere. Ich hatte auch keine Ahnung, in welchem Stil ich das überhaupt machen möchte. Und ja, ich habe mich jetzt, weil die Woche sehr warm und sonnig war und ganz fröhlich, dafür entschieden, dieses, ich sag mal, Seifenblasen-Tape zu benutzen. Das habe ich auch noch nie in der Deko benutzt. Ich will das unbedingt mal mit einbringen. Dann habe ich hier ein Mädchen-Tape rausgesucht, was auch so ein bisschen Aquarell-Stil hat, wie diese Bubbles. Dazu habe ich von der lieben Sophie Samples von den Pastel-Tapes von MT, sind die, glaube ich. Immer wenn man was erzählen will, weiß man nicht, was genau es war. Auf jeden Fall, die Pastel-Tapes möchte ich hier mit reinbringen. Deswegen, dann habe ich noch dieses Sample, ich weiß gerade gar nicht mehr von wem. Auf jeden Fall hatte ich überlegt, eventuell diese Süßigkeiten, Desserts, Kuchen, Muffins und so weiter mit einzubringen. Und ich habe noch diese kleinen bunten Pünktchen, die vielleicht ganz gut passen zu den größeren Seifenblasen. Da muss ich mal schauen, ob ich das alles zusammen bekomme. Aber ja, ich lege auf jeden Fall mal los. Ich habe auch schon mein Schneidebrett rausgelegt. Allerdings sind hier noch so schicke Tänzer drauf. Die brauche ich aber gerade nicht. Ich packe die einfach mal am Rand. Ich glaube, die Woche wird relativ bunt, dadurch, dass hier sehr viele Farben drin vorkommen. Und auch bei diesem Tape hier, diesem Tape, auch ganz viele Farben vorkommen. Ich finde das so, so wunderschön. Die Frage ist jetzt, welches Pastelltape ich dazu benutze. Ich kann ja mal schauen, was ganz gut passt. Ich wollte von den Pastellern nennen, dann vielleicht nur einen Farbton mir raussuchen, der dann ein bisschen Ruhe reinbringt in das Ganze. Das Lila passt ganz gut. Grünton wäre auch nicht so schlecht. Die Qual der Wahl. Ich könnte halt auch dieses Braun nehmen. Das passt zu diesem hier nicht so gut. Allerdings ist es halt ein bisschen was Neutrales. Und hier sind dann ja auch so ein paar Braun-Töne dabei wahrscheinlich. Gebt mir noch einen Moment. Ich habe es gleich. Ich denke, ich denke immer, darf ich das überhaupt sagen. Okay, ich glaube, ich entscheide mich für dieses Grün hier. Oder Mint. Ist ja kein richtiges Grün. Und ich mache jetzt einfach mal wieder so einen Zeitraffer, weil ich das, wie immer, so halb zerrissen verteile. Und das kennt ihr schon. Deswegen mache ich da mal einmal einen Zeitraffer draus. Bis gleich. Und dann geht's- Und dann geht's supervisors, Musik Okay, jetzt habe ich schon mal ein paar Pastell-Tapes verteilt. Ich habe mich doch noch für verschiedene Farben entschieden, einfach ganz spontan, weil ich das eigentlich ganz schön fand. Ich weiß noch nicht so richtig, womit ich jetzt so weitermache. Ich glaube, ich gucke mir mal das Tape hier an. Die Frage ist, ob ich das ausschneide oder ob ich es so lasse, wie es ist. Eigentlich müsste ich es wieder hochkant kleben, weil ich momentan bei diesen Einlagen eigentlich gar keine Möglichkeit habe, das einmal so horizontal zu kleben. Ich könnte es halt halb, unten und oben hinkleben. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich habe nun eben aus Versehen das hier so aufs Blatt fallen lassen und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber jetzt ist hier so ein bisschen von der Druckertinte auf dem Tape gelandet. Das ist ein bisschen ungünstig. Jetzt passt das nämlich nicht mehr ganz drauf. Ich schneide das Armei hier ab. Lager das hier zwischen. Und dann klebe ich das, glaube ich, wirklich einfach. Einfach mal nur so unten lang. Und im Prinzip könnte ich ja diese andere Hälfte einfach umkleben. Das heißt, ich schnippel das einfach mal ab. Ich schnippel das einfach mal ab. Und dann klebe ich das einfach mal ab. So. Oh, das sieht cool aus. Dann einmal umdrehen. Und dann habe ich auch schon festkröben. So. Dann kommt die. Dann kommt die. sehr cool. Dann einmal durchschnippeln. So. Ich wollte es ja ein bisschen fröhlicher. Aber jetzt kommen hier die Aquarellmädchen. so. So. Und ich bin ja immer sehr faul, was das Ausschneiden angeht. Und ich mach das mal einfach ganz flott. So. Und so. 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 So, nehmen wir erstmal die drei, füllen wir hier unten an. Die steht nämlich voll breitbeinig da, sieht mir ein bisschen komisch aus. Dann kommt die mal hier hin. Dann die nächsten. Und die nächste. Ich versuche hier wieder so ein bisschen mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten, falls ihr es noch nicht wieder gesehen habt. Also ich gucke, dass die nicht in derselben Spalte sind und auch nicht auf derselben Höhe. Deswegen kommt die jetzt hier hin. Dann schaffe ich einmal ein bisschen Platz. So, und dann gucke ich mal, wer hier noch so drauf ist. Okay, drei Stück sind hier noch. Mal gucken, ob ich die alle verwende, aber ich schneide die erstmal schnell aus. Okay, ich habe jetzt noch eine helle und zwei, die auch noch relativ dunkel sind. Dann kommt die eine dunkle noch in die Ecke hier unten. Oder in die Mitte. Aber diese Entscheidungsfindung. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, also die ist blau, die ist grau, die ist auch blau. Machen wir das mal so. Und sehen, hier kommt in die Ecke. Und hier kommt in die Ecke. Die hier gefällt mir noch nicht so gut, wie sie platziert ist. Ah, jetzt habe ich bestimmt wieder das Problem mit den Streifen. Na klar. So, das ist besser. Und... Ist ja doof, wenn ich auf einer Seite vier Stück klebe und auf die andere Seite nur zwei. Aber eigentlich... Man ist gar nicht so schön. Sie guckt halt nach links. Okay. Ich glaube, ich lasse die weg. Das gefällt mir nicht so gut. Okay. Dann sind wir mit den Mädels erstmal durch. Dann habe ich... Dann habe ich noch das hier, was ich benutzen wollte und das hier. Ich könnte halt dieses hier aus der Hilfe... und das einfach so... da reinknüben. Das komplette Kästchen. Und dann hiervon eins dazu. Und dann hiervon eins dazu. Und dann hiervon eins dazu. Welches klebe ich da drauf? Ich glaube, das ist Türkise. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann nehme ich noch das Lilane. Ich glaube, das sieht doch aus. Ich glaube, das ist... Das hier sieht doch super lecker aus. Das Törtchen oder was das ist. Das... Moment, ich kann noch mal hiervon eins benutzen. Ich habe lange nichts einfach so mitten aufs Blatt geklebt, aber... Das ist so... Okay, jetzt ist gerade die Kamera ausgegangen. Wo war ich? Ach so, ja. Mit meiner Tanzformation hatte ich ja dieses Jahr in der zweiten Bundesliga getanzt. Wir haben dann die Saison für uns entschieden und haben jedes Turnier gewonnen, sind aufgestiegen in die erste Bundesliga und haben uns damit für die deutsche Meisterschaft dieses Jahr qualifiziert, wo wir letztes Wochenende dann in Dresden waren. Und wir sind da halt hingefahren mit null Erwartung, weil man einfach gar nicht sagen konnte, dass wir da überhaupt irgendeine Chance haben. Ja, kann es da halt auch nicht von ausgehen. Gerade wenn es um die Creme de la Creme, sag ich mal, des Tanzsports geht und da wirklich super, super gute Tänzer starten und Formationen starten. Und dann war die Freude schon sehr, 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 sehr groß, als wir in die nächste Runde gekommen sind. Und umso größer war die Freude, als wir ins Finale gekommen sind. Das war wirklich atemberaubend, dieses ganze Wochenende. Ich habe es noch gar nicht richtig verarbeitet irgendwie. Das war, ja, ein Traum. Und dann haben wir im Finale getanzt. Auch wirklich nicht schlecht. Allerdings war der letzte Durchgang für uns einfach nur Scheiß drauf. Wir sind im Finale. Wir tanzen uns jetzt hier die Seele aus dem Leib und da sind uns so ein paar kleine Schnitzer auch passiert. Was aber vollkommen okay war, weil wir schon alles erreicht hatten, was wir hätten erreichen wollen oder können. Und das absolute I-Tüpfelchen war an diesem Tag dann, dass wir uns mit der Final-Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft für die Weltmeisterschaft im Ende Oktober qualifiziert haben. Und das auszusprechen, da kriege ich glatt wieder Gänsehaut, weil es ist einfach so unwirklich für uns, für mich, für uns alle, dass wir nach wirklich so wenigen Jahren in dieser Szene, Tanzszene uns für die Deutsche und für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Das ist einfach noch nicht greifbar. Also ihr merkt vielleicht in meiner Stimme, wie zittrig die schon wieder wird, wenn ich dann nur daran denke, was da überhaupt passiert ist an diesem Wochenende. Und ja, das ist einfach der Wahnsinn. Nur mal so als kleiner Schwenk aus meinem Leben. Deswegen war ich auch diese Woche nicht in der Lage, mir irgendwie Gedanken über eine Wochendeko zu machen. Aber ich bin jetzt soweit, glaube ich, ganz zufrieden mit dieser Woche. Die ist wirklich so von der Stimmung geworden, wie ich mich diese Woche gefühlt habe. Ja, ich trage im Nachhinein meine Sachen ein, weil ich das jetzt nicht noch länger lassen möchte, dieses Video. Und ja, ich schnippel mal einmal kurz alle Ränder ab und dann zeige ich euch das Ganze nochmal im Planer. So, das ist jetzt die fertige Woche im Planer. Mir ist gerade noch eingefallen, es hatten einige auch gefragt, ob ich von dem Tanzen auch mal was zeigen kann oder zeigen werde. Und ja, ich zeige auch vor meinem Tanzen ab und sowas. Allerdings natürlich nicht auf diesem Kanal, weil da hat das einfach nichts zu suchen. Ich habe einen anderen YouTube-Kanal, wo ich auch manchmal so Behind-the-Scenes-Material von unseren Turnieren und sowas hochlade, auch schon seit Jahren. Und den verlinke ich einfach mal in der Infobox. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da einfach mal rüberschauen. Und ja, da ist auch ein Solo von mir zu sehen, falls ihr mal sehen wollt, wie ich aussehe oder wie ich so tanze. Könnt ihr da einfach mal vorbeischauen. Und ja, jetzt mal wieder zur Deko. Die ist, ja, finde ich ziemlich cool. Ist auch ich jetzt einfach mal so. Gefällt mir ganz gut. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie euch die Deko gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch immer gerne stellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017